Wer kann auch mal kommen? Bis jetzt die Niederländer in dieser Schlussphase des gesamten Spiels. Der Robben läuft sich zu oft fest, der wird zu oft angespielt. Aber der muss einfach das Spiel auch weiterleiten. Oh, der kommt fast gefährlich. Aber Goku hat dann mal eine Chance, wenn er ihn zurückspielt. Das machen die Niederländer für ihn. Sonja, Dorkus und Toulalland. Kommt keiner an, da steht ja überhaupt niemand. Ja, der Henri wäre da von hinten schon noch gekommen. Der war auch gefährlich. Das war mal ein positives Abseits. Oh, das gibt es nicht! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn hinten rein? Im eigenen Netz? Und zerstört vielleicht die Chancen der Niederländer? Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Spiel womöglich so entschieden wird durch Marc van Bommel. Auweia! Der hat schon zweimal das richtige Tor getroffen. Und jetzt! Aber das war sein schönstes. Aber auch sein bitterstes. Meine Güte. Meine Güte! Also die Franzosen, die fielen hinten keines rein und vorne wird ihnen dann von Gegnern sogar geholfen. Die wollen aber auch nie Weltmeister werden, oder? Die Nigerländer, das ist ja unglaublich. Das ist so ein entscheidendes Ding. Vielen Dank.